Hallo, willkommen zum ersten, oder zu ersten Track-In-Vorjahr. Hier zum ersten Lauf der Assetto Corsa GT3 Liga 2018. Ja, René, King of Lairbis, berühren heute auf die erste Track-In-Informationsrunde. Ja, hier, Stasi-Grade, rein geht's, Monza, ja, ist bekannt für die Geraden. Hier, Stasi-Grade, rechts die Boxengasse, so, jetzt geht's auf eine Runde hier. DRS könnte man hier zünden, ähm, ja, das haben aber logischerweise kein DRS. So, lange Stasi-Grade, dann geht's auch auf die erste Kurve. Hier circa so bei 120 Meter voll in die Eisen, gehen dann hier rein in Kurve 1. Ähm, ja, gut, da kommt dann eher drauf an, wenn man hier dann in diese zweiten, in den Seitenpark quasi, wie man den trifft, äh, rechts aus. Jetzt geht man dann gut raus und schon nach der Linken rein, auf die nächste Gerade, in Kurve 2. Äh, zur zweiten Schikane auch, ähm, hier, lange Rechtskurve, ähm, kann man auch schon zum Überholen ansetzen, ne. Ähm, später sind dann aber noch beim, 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 äh, Reimbremsen hier auf die, äh, Kurve, oder auf die zweite Schikane, eher gesagt, hier. Kann es aber auch, äh, krachen und da hat es auch in der Vergangenheit schon echt, äh, oft gekracht. So, dann hier die beiden Lesmos, Lesmos 1 und Lesmo 2, ähm, zwei Rechtskurven. Gut, nehmen die erste ist nicht so das Problem, aber eher dann sogar noch der Ausgang. Und jetzt die zweite, die ist etwas enger, ähm, ja, gut, mal gucken. So, hier der Kerb kann einen nach außen bringen und hier der, das ist grüne Teppich, äh, äh, dieses grüne Teppich-Belata kann wirklich einen das Rennversagen. So, dann hier ist es auch eine Kurve, aber auch schon quasi die zweite, der ist gerade. Äh, und noch mal eine weiter Gerade, die hier oben sehen wir uns das alte Oval quasi. Dann anbremsen auf Ascari. Ähm, ja, da hat es letztes Jahr gekracht, äh, zwischen dem Nissan und noch einem. Mal gucken, hier sieht man auch schon, er hat es nicht perfekt genommen. Ähm, und das ist wirklich auch so die Schwierigkeit an Ascari. Okay, hier muss man, äh, die Kurven gut treffen, Kerbs sind hoch und unruhig und so weiter und so fort. Dann wieder mal auf die Gegend gerade hier, ähm, ja, rein in die, ja, letzte Kurve. Ähm, wie wir auch gerade schon gesehen haben. Ja, wieder gut anbremsen. Und dann auch, Fritz, wenn ich schon, schon aufs Gas geben, das geht, schon. Und wir sagen, das war eine Runde hier zum ersten Rennen, das war auf das Monster. Ich bedanke mich für's, ich wünsche euch ein Beteiligter, ein schönes Rennen hier. Ähm, ja, dann fahren wir dann in der zweiten Saisonstart. Ich bedanke mich für's, 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 ich bedanke mich